hallo alles zusammen ich freue mich dass sie wieder auf meinem kanal sein ich wollte mal kurz ein video drehen über quicksbox was ich neulich gebaut habe und diese quicksbox ist für drei user da kann man erweitern für drei vier andere user jeder user jeder player hat eine box mit einem pushbutton und eine led vorne das sind mainbox und da gibt es auf der mainbox ist eine pushbutton und pushbutton ist für die administrator ich zeige ihnen wie das geht wenn er eine von dieser player ist schneller dann drückt er da drauf erstmal scheint er eine led und die nummer wird mit display hier auf den display es bleibt so lange bis der administrator wieder darauf druckt und der box ist released für der nächste quiz ich drücke mal da drauf die alle anderen haben keine chance mehr und der nummer bleibt so lange bis administrativiert darauf druckt das ist eigentlich alles source code und alles was man dazu braucht habe ich auf die seite hochgeladen mal gucken wir können kurz auch auf den box gucken hier hier ist der lautsprecher und der rest sehen sie sich in hier des mikrokontrollers und das ist alles eigentlich mehr gibt es nicht ja dann viel spaß beim hauen tschüss ja 오늘 제가 설교 시간에도 말씀 드렸습니다 호세야의 아내는 그 남편을 그 아내가 그 남편을 버리고 갔을 때